Aufnahme bei mir läuft. So, normalerweise hau ich noch eben gegen die Kamera. Oh, was war das denn? Dein, dein... Die kann ich nicht spielen. Wo ist denn mein Dingson jetzt? Oh, das ist ja alles. Teile mal kurz. So lange, mein Dingson kann nur eine Viertelstunde auch nicht. Wollen wir die Ansage machen? Ach, da sind wir wer? Und nun können wir auch eins sagen. Nun ist der erste... Oh, ne, ne. Der Mock fängt nur... Sag mal, das sagen wir nur für Sonja. Ist das hier? Ja, hier ist man. Der erste Strophe, die singt wie nun nur für uns Sonja und Mohusen. Ne, sag mal was. Wilko, das kannst du am besten. War ne Ansage. So, Levenu. Nun sind wir hier. Trios Fußballeros. Levenu. Jetzt nochmal ganz von vorne. Immer wenn ich die Hupe mache, geht's los, ja? Oh, du willst die Hauptsache... Nein, einmal. Guck da erstmal hin oder so. So was wie Kat. Auf die Platze, fertig. So, Levenu. Und wenn's wieder los geht, also muss er Hörsten sagen. Nein! Und Platt und Schland. Und Platt und Schland. Genau, das ist gut. So, warte. Seid ihr bereit? Jetzt geht's los. In Lower Germany, muss ich sagen. In Lower Germany, muss ich sagen. Zwei, drei Feien. No, brä. Also, unsere erste Strophe ist nur noch Markt. Du musst das tun. Warte. Ja. So, Levenu. Die erste Strophe ist nun auf Markt. Nun geht es hier los mit Olli, Willi und Kalli. Viel Spaß!